Hier hinten sind Vorräte. Alles kaputt. Oh nein. Ich hab gerade Drohne im Blitzschlag. Da ist, öffne die Box. Komm, öffne sie. Ah, ich mach Dribble! Ich hab fast alle. Fast. Wie viele fehlen denn noch? Von den neun, also von den neun hab ich gar keine. Schaufel und das eine hab ich nicht. Ah, was hab ich noch? Baseballschläge hab ich auch nicht. Ja, ich kann's dir dann gleich aufzählen, was ich hab. Baseballschläge hab ich hier damals ganz fertig sind 500 und dann war das dafür 505, das ist der 3er Pack. Alle haben sich das Geld gekauft. Außer ich, ich hab das Gefühl, ich hab das auch nicht verfüllt. Alles klar. Ja. Oh, schon. Ich hab dich wieder. Ich bin grad voll auf Sniper-Feed, Mann. Mal Snipe ich wenig. Alter, ich bin schon wieder Schockgarten. Weil ich es nicht kann. Oben liegt einer. Aufpassen. Komm her. Ja. 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 Ey guck mal, ich kann nicht mal aus dem Spawn rausrennen. Ich hasse das jedes Mal bei der Map. Ja. Ey guck mal, ich kann nicht mal aus dem Spawn rausrennen. Ich hasse das jedes Mal bei der Map. Ich hab das zugeholt. Ja, ich bin heute schon der Punkt. Digger, was war das gerade für ein Feed, man? Beide mit Marshal geholt, den dritten auch mit ins Quickscope. Fuck my life, Alter, war da gerade geil. Allein schon deswegen muss ich mir das Spiel speichern, den muss ich mir rausschnappen. Ach ne, irgendwo rein, alles klar, Digger, alles klar, das ist, ne. Ist auch so hässlich random, Alter. Wo sind denn die Wüchsler? Alter, Sven, die Chesskoder, wunderbar. Das Spiel ist einfach so unbewohnt. Nächster mit seiner Hesse ist ein Sniper. Alles klar. No Scope! Hey, von der Entfernung, oder? Der stand, ne, er stand gerade vor meiner Fresse. Aber trotzdem, er ist noch hochgejumped, ich habe ihn einfach, ich habe ihn einfach trotzdem No Scope gegeben, einfach irgendwo hingeschossen, Digger. Ja. 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 Den werden wir schon wegholen, den Wichser. Ja. Ja. Okay, da unten. Ich bin ehrlich, man kann nicht alles glauben, von M. und finde ich. Aber ich bin jetzt nicht auch... Ich glaube nicht, dass der M spawn steht, und keiner ihn abspielt, sondern er alle mit Flingsong. ja es hat schon mit gelaug zu tun du es gibt halt leute die beste sind und dann gibt es wieder leute die nicht so gut sind alle ich bin grad voll auf street mit der scheiß sniper mann ich bin grad so auf street mann ich hab grad dings erreicht nein jetzt werde ich so random geholt ich hab dings dart erreicht bar 260 vor dings geist alter schwede ist das gerade fett man die sind alle ganz rechts auf das darf weiter vorrücken der sieg gehört uns du mich gerade ab weil er wir noch wartet damit ich ja meine sense auspacken danach tötet er mich wie sie gestöhnt hat Oah! Ja, Alter! Sieht doch alles vorne an! Last Kill mit Dart! Schnellt sich ein Abstoß! Oh! Alter! Fett! Ach, da ist geil! Oh! Oh! Mann, ich hoffe, der vorletzte Kill ist noch drauf! Alter, der war so krass! Wie, der kann auch noch nicht stürmen, Alter! Ich wollte eigentlich noch nicht stürmen, oder? Nein, der ist nicht mehr drauf! Oh, schade, Alter! Hahaha! Ich hab hier den 1. Kill auf den Staub! Ehh! Ehh! Wie sich das angehört hat! Ehh! Hahaha! Ich weiß nicht, wie er mit auf dem Stütz! Ich geh das zu verkaufen! Ey, ich hab jetzt grad vielleicht mal 2, 3 Kills mit Dings gemacht, ne? Mit Marshall! Ja, so macht Snipen natürlich Spaß, ja! Ich geh das zu verkaufen!